hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von microsoft nicht auf tech 4 und ich habe es um eine festung hier muss ich muss gerade ein paar stunden zurückgehen wir den bläden sind irgendwie umgehen ist ganz gut und ja ich wollte auch so ein thema aussuchen habe ich aber nicht gemacht war ja die ganz klein und wir sind das ist wunderbar natürlich gerne mit 55 nachpflanzen oder so nicht so heftig nah und sich jeder hier wieder bedienen das sind komm usa ist geil schade vielleicht tot oder scheiße wo ist andere hin die sport oder was ist nichts mehr außer heftiger krasse abgrund alles oder oder skeletten ich hatte schon einen stein schüler über das fall gedroppt so kommen wir spart es raus aber schon gerucht naja gut eigentlich hätte ich alles ich brauche also wenn man von der ziel kann ich noch gebrauchen ich muss auch noch die krasse mal anschauen ich weiß gar nicht ob ich es heute so schaffe in der let's play folge zu bringen eigentlich wollte ich schon eine machen heute übrigens aber dann schaffe ich das gar nicht ich muss wieder nochmal weg und ich weiß gar nicht ob ich es schaffe das alles bei aufzunehmen vielleicht verstehe ich das aber auch morgen oder so das ist die frage jetzt vielleicht schaffe ich es auch oder es wird immer so eine 5 minuten folge ich glaube das aufzunehmen eine 5 minuten folge es könnte möglich sein dass ich es schaffe das wäre ganz gut aber ich werde auch nicht zu unregeln bis ich jetzt bringe das planer und ja ich brauche mal so ein thumbnail hiervon oder so wäre ganz cool oh nein oh nein oh 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 warum haben wir den kippen und die kippen mit rühe auf fort gestellt ich weiß von nix oh oh nö im ernst jetzt ich muss mich in der gruppe beschweren ich muss mich in der gruppe beschweren ich habe immer so einfach so machen ohne ans anzukündigen ich habe mich gewusst dass sie werden und wir auf voll zu sein hätte ich niemals auf echt nicht mehr runter gesprungen ich werde mir für mehr aufgepasst aber schreiben wir nie in der gruppe rein ist das problem jetzt ist meine ganze sache los das das wäre ärgerlich jetzt auf welchen meine sachen wieder das gibt es auch gar nicht mich regt das so auf na also unangekündigt dass ich meine immer hier die die auf also die game muss immer umstellen müssen mein gott ey das kotzt mich so an ja das ist nicht gut für meine motivation die ganzen zahl weg toll super geil ich glaube ich habe einen screenshot raussuchen wo ich meine sachen noch hatte ich bin schon am anfang ja vorher dabei glaube ich mit mir im intan haben und äh da muss ich hoffen dass ich meine sachen wieder geben und ach man aber warum stehen jetzt nicht einfach lassen sich einfach auf true das mit dem inventory warum nicht ich verstehe es nicht dass wir so unangekündigt einfach ja ich weiß ich glaube ich war gestern alle auf skype oder so heute morgen sogar noch ich habe davon nichts gelesen ja das hat doch irgendwie ein kanäle in die gruppe geschrieben oh man habe ich davon irgendwie das das game durchgeführt ist ey man macht ja von nichts das ist ja dieses blöde hier dass man diskutieren kann und kommt ja einer auf den server und macht alles irgendwie auf false die inventory und ich muss unbedingt beschweren man 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 toll na geil ich will sagen ich weiß nicht was ich jetzt machen soll ich würde sagen die folge beenden was ich meine was soll ich jetzt noch machen und ja sie können wir neue Werkzeuge craften das wäre unnötig weil wenn ich dann sagt wir bekommen dann wäre es nutzlos und ich hätte Holz verbraucht und oh und er hat jetzt noch nicht aufgenommen das ist gut okay das ist sehr gut ich habe heute Abend noch auf oder so ist ja gut oh nein es geht ja komm okay ich bin kaputt oh ne ernsthaft ist das drin was ist das hier eigentlich verhalte mich den Ambus mit könnte ich ihn auch sehr gut gebrauchen naja nämlich haben wir es gewesen wie dieser goto schon folge minicraft attack der gefallen hat dann das da eine positive bildung da hab ich nicht vergessen und tschüss das ist